So, und da geht's schon weiter. Blündermann gleich. So. Da kann ich eh nicht viel mit den Kanonen ausrichten. Was muss ich denn? Gegnerische und die Flagge. Okay. Komm, komm, jetzt werden die schön oben. Nimm's doch. Lass dir sich wieder ewig Zeit. Jawoll. Das heißt, nur mehr die Crew und die Flagge. So. Ja, das bringt so nix. Komm, lass sie los. Die holen wir uns jetzt so. Oh, ja, ja. So. So. Einer nach den anderen. Alle kommt dran, Freunde. Sechzehn haben wir schon. Siebzehn. Das ist ein bisschen eng mit der Crew. So, bin ich jetzt hier am mittleren Mast? Ja. Und hoch mit dir. Nicht jetzt wieder da mit der Rumspackerei anfangen. So. Okay. Auch die Fahne haben wir. Schade, dass ich mir das Schiff jetzt nicht behalten kann. Das muss ich ja versenken. Das tut natürlich ein bisschen weh. Ja, ich kann nur die Jackdaw reparieren. Brauche ich je. Passt. Alles geplündert. So. Und jetzt sollte das vor doch eigentlich gelb sein. Jetzt habe ich ja alles erledigt. Ah, das schöne Schiff. Das war es nicht. Das ist es. Okay. Das ist gelb. Das heißt, das nächste, was wir uns holen, ist dieses vor hier. Wir machen gleich weiter. Wollen wir noch kurz schauen. Mörser Nummer 3. Oh Gott. Ah, ist ja scheiß drauf. Mus reichen. So, wie muss ich denn da jetzt gescheitesten hinfahren? Eigentlich da um diese Insel rum. Jawohl, die schwarze Fahne. Ja, so. 98 Metall. Juhu. Okasione. So. Ich hoffe, ich habe es nicht versenkt. So. 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 Soll sich nicht anscheißen, der Gegner. Ok. So. Wir entern die da und holen uns das Metall. Ja, wenn ihr nicht alle so viel Metall jetzt geladen hättet, dann werdet mich die Schiffe eh voll nicht interessieren. Aber gerade das Metall ist so wichtig zum Aufleveln vom Schiff. Nein. Wieder um einen Hansel ist es sich nicht ausgegangen. Ah. Von hin. Na kommts her. So. Manchmal funktioniert das überhaupt nicht mit dem Blocken. gut. Ah. Bekanntheitsgrad verringern, weil ich ein Voreingreifen will und da brauche ich nicht nur zusätzlich irgendwelche Leute mich jagen dabei. Ja. Wenn nicht, dürft ihr über die Planke laufen, Freunde. Gell? Wisst ihr das eh. Also, überlegt euch gut was tut's oder nicht tut's. So. Das kanns jetzt aber nett sein, Alter. Macht euch da jetzt nicht lächerlich, Freunde. So. Sind ja eh schon weg. Da eine Brick. Ich will die Brick haben. Boah. 98 Metall. Naja. Ey, wir wollen es nicht übertreiben. Muss ja weitermachen auch. Oh, was ist da? Fregatte Stufe 29. Äh, 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 äh. Ich glaube, ich glaube, das ist da. Ich schaue das einmal auf der Karte an. Wo ist denn das vor? Das ist da hinten. Nein, 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 nein. Ich mag mich jetzt nicht mit den Schiffen da anlegen. Das war's. Ja. 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 Vor allen Dingen, da werden mich sicherlich alle angreifen. Ein bisschen mit dem Mörser drauf, jetzt holen wir uns einmal das vor, eins nach dem anderen. Okay. Klippe voraus, ausweichen, Käpt'n! Was, wo ist denn ausweichen? Geht's eh alles aus. Scheiß, den er da an, Freund. Schwache Nerven. Schleichen uns da jetzt quasi an. Hey, grüß dich. Immer wieder laiwand. So, keine Ahnung, wo das vor ist. Irgendwo da hinter den Felsen. Aber solange es hinter den Felsen ist, kann es mich natürlich nicht angreifen, was natürlich auch wieder laiwand ist. Da ist er schon wieder, der Freund. Du, sei nicht zu übermütig, weil sonst packe ich das Walfangboot aus. Der weiß das, dass ich jetzt davor holen will und kann Walfangern will. So. Kann noch immer nix erkennen. Oh, hier fangt schon wieder der Nebel an. Dann wird's gleich wieder Blitz, Donner und Sturm geben. Vor mit natürlichen Verteidigungsanlagen. Und das Scheiß vor. Auch da vorne, ich seh's schon. Irgendwann welche Schiffe? Nein, keine Schiffe. Na komm, Schach. So. Feier! Die Hartmut sind bis die Blau ist, sie am schwächsten, Käpt'n. Wir haben Unterstützung, Käpt'n. Feier! Ihre Schwarzstelle ist aus der Schiff, Käpt'n. Feindliches Feuer! Feuer! Wir sind bespricht! Feuer! 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 Die Schwarzstelle ist ungeschäft! Feuer! Feuer! Ein guter L. Ja! Nein, keine Mörser mehr. Ja, da waren ja nur drei. Feuer! 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 Okay. Siegner, Feuer! Haft aus dem Wind! Kraft in die Hauptsegel! Feuer! Feuer! Da ist sie am Speyer! Feuer! Feuer! Ist auch erledigt. Irgendwo ist noch einer da drüben. Siegner, Käpt'n. Siegner, Käpt'n. Siegner, Käpt'n. Siegner, Käpt'n.